Herzlich willkommen zurück bei der A&M. In diesem Video wollen wir uns anschauen, wie du den günstigsten Weg findest, die perfekten Kunden für dich zu finden. Mir ist unsere Erfahrung einfach aufgefallen, dass vielen Betrieben tatsächlich gar nicht bewusst ist, wofür sie eigentlich ihr Geld immer sehr stark investieren, sondern es wird einfach immer querbeet versucht, immer auf jedem Weg quasi ein bisschen auch aktiv zu sein, was ja auch, sag ich mal, nicht verkehrt ist. Das Problem ist halt aber, nicht jeder Handwerksbetrieb kann es sich erlauben, auf jedem Weg, sag ich mal, viel Budget auszugeben. Das heißt, man sollte sich immer genau anschauen, okay, welche Maßnahmen bringen mir aktuell den größten Erfolg und auf welche sollte ich mich zum Beispiel aktuell dann stärker fokussieren und auf welche dann auch weniger. Und das sollen wir euch heute nochmal gezielt auch aufzeigen. Und damit wollen wir einfach mal folgende starten. Und zwar der erste typische Weg ist natürlich das Thema Empfehlung, ist natürlich für jeden Handwerksbetrieb, ja, ich sag mal, der bekannteste und natürlich auch der beste Weg ist auch ganz klar, weil, ja, brauche ich, glaube ich, nicht viel zu erwähnen, die Empfehlungskunden sind definitiv die besten Kunden, weil die natürlich schon mal von jemandem empfohlen wurde, dass ihr natürlich auch einen super Job macht. Klar, logisch dafür, die Kosten sind dann natürlich sehr, sehr gering, also liegen halt bei Null. Und man kann wahrscheinlich damit auch, abhängig natürlich auch vom Branche, ist auch wieder klar, aber generiert ihr wahrscheinlich so die meisten Kunden mit. Vorteil natürlich bei der Maßnahme ist, wie gesagt, dass ihr natürlich sehr, sehr niedrige Kosten halt dabei habt, also eigentlich dafür sozusagen nicht zahlen muss für eine Empfehlung, aber man sich natürlich auch erstmal diesen Ruf, sage ich mal, oder Empfehlung auch natürlich erstmal sehr stark auch aufbauen muss. Das heißt, das entsteht nicht von heute auf morgen, sondern man baut sich natürlich, ja, das über viele Jahre natürlich auch auf. Das heißt, es ist ein Investment sozusagen sehr stark in die Zukunft. Und was dann natürlich auch ein bisschen Nachteil hat dabei ist, dass man natürlich nicht leider jetzt messen kann, okay, kommen jetzt diesen Monat drei Empfehlungskunden rein, fünf oder sind es zehn oder ist es vielleicht auch gar keiner dann davon. Genau. Ist eben einfach nicht so planbar, ja, wenn wir jetzt sagen, wir wollen eigentlich im nächsten Monat oder im nächsten Quartal oder wie auch immer, wir haben ein bestimmtes Wachstum geplant, dann kann man sich da ja nicht nur auf Empfehlungen verlassen. Ja, das ist zwar der Kanal, womit viele, die jetzt auch am Start sind, erstmal loslegen, Freunde, Bekannte, man hat irgendwie Bestandskunden, die empfehlen einem weiter und so weiter. Nur jetzt wollen wir uns eben auch mal anschauen und dir eben aufzeigen, wenn du Marketingmaßnahmen hast, wie kannst du die genau messen, gegenüberstellen, jetzt auch im nächsten Monat, wenn du die Messbarkeit derzeit noch nicht hast und vielleicht genauso auch, wenn du jetzt ein Betrieb bist, der gerade neu startet, mit welcher Maßnahme starte ich denn? Weil dann solltest du ja in dem Fall auch die Maßnahme nehmen, die dir dann am schnellsten die günstigsten Kunden bringt, anstatt eben den Kanal zu nehmen, wo es super teuer ist, eben Kunden zu gewinnen. Gut, wir haben jetzt einfach mal angenommen, wir nehmen einfach die drei Kanäle, ja, du hast jetzt drei Kanäle, Offline-Marketing, Portale und Online. Wir können das ja jetzt nochmal ein bisschen ausweiten, was zählt genau mit dazu? Genau, jetzt habe ich euch ja schon mal was zum Thema Empfehlungen erklärt, jetzt komme ich mal zum nächsten Thema und zwar zum Thema Offline-Werbung. Beim Thema Offline-Werbung, was zählt da im Endeffekt alles dazu? Und zwar geht es um solche Themen wie zum Beispiel Zeitungsanzeigen, Flyer, irgendwelche Broschüren, die man erstellt und alles weitere, was halt wie gesagt dazugehört, was im Endeffekt, ja, ich sag mal, physisch oft natürlich halt bedruckt wird oder halt erstellt wird und dann, ja, verteilt wird im Endeffekt. Das zählt sozusagen auch dazu. Der Klassiker ist ja auch noch, Autos bedrucken, ja, oder beispielsweise an Baustellen irgendwelche Werbetafeln oder Plakate dran zu hängen. Das ist natürlich auch etwas, wo viele auch ganz standardmäßig einfach draufsetzen. Vorteile bei der Offline-Werbung sind dann dementsprechend, wenn man zum Beispiel, ja, das, hier zum Beispiel das eigene Auto oder ähnliches bedruckt, dass es natürlich langwieriger dann dementsprechend auch halten kann, ne. Klar, bei der Zeitungsanzeige natürlich nicht die, oder kann man sich natürlich auch als Kunde dann dementsprechend aufheben. Sicherlich hattet ihr das auch schon mal, dass ein Kunde mal vielleicht nicht, ich weiß nicht, die Zeitungsanzeige mal für einen längeren Zeitraum oder für ein paar Monate, sag ich mal, ausgeschnitten hat und dann mal vorbeigebracht hat. Passiert zum Beispiel auch gerne mal bei den älteren Menschen, sag ich mal, in der Gesellschaft, die das halt mal ganz gerne machen. Problem ist halt dabei, dass man natürlich halt nie weiß, okay, wer hat sich überhaupt sozusagen die Werbung halt angeschaut? Wie viele Menschen waren das denn überhaupt? Und wurde sich halt im Endeffekt auch die Werbung, sag ich mal, angeschaut, was kannst du halt leider alles nie messen, sondern man, ja, verfolgt halt im Endeffekt sozusagen Statistiken, die man oft zum Beispiel von der Zeitungsgesellschaft oder von irgendeinem anderen Unternehmen sozusagen mitbekommen hat, wo dann aus Erfahrung sozusagen mitgeteilt wurde, okay, wie viele Leute schauen sich das an, aber was da wirklich an Zahlen halt, sag ich mal, rumkommt, kann man halt nie wissen. Und deswegen ist es auch, sag ich mal, sehr schwer messbar und auch sehr schwer planbar zu wissen, okay, wie viele Aufträge entstehen halt dadurch dann zum Beispiel dann auch im nächsten Monat dann auch für mich. Das ist der Vorteil bei anderen Maßnahmen. Also wenn wir uns jetzt mal Portale anschauen, ja, Portale, ganz klar, da kann man einzelne Anfragen kaufen, ja, das heißt, man hat schon Leute, die haben Interesse an den Produkten, die ihr anbietet. Nachteil dabei ist auch, wie werden diese Interessenten denn auf euch aufmerksam? Meistens sind es ganz klassisch irgendwelche Vergleichsportale bei Google. Der Interessent sucht aktiv, das hatten wir auch schon mal in einem anderen Video erwähnt, kommt auf einen Vergleichsportal, ja, hier ist jetzt irgendwie Küchenvergleich oder Photovoltaikvergleich, trägt sich dort ein und die Daten werden dann an drei oder fünf Anbieter in der Region weiterverkauft. Das heißt, man ist schon von vornherein in diesem Preisvergleich drin, Angebotsvergleicher, das kennt ihr aktuell super viel am Markt, ja, und dann kann man da vielleicht, ich höre so im Schnitt, ein von zehn oder, wenn man sehr gut ist, oder vielleicht auch manchmal sogar erst eins von 15 oder eins von 20 zum Auftrag führen. Diese Portalanfragen, es kommt natürlich immer auf die Branche drauf an, wie viel die kosten. Im PV-Bereich ganz klassisch irgendwo 50, 60 Euro. Ich habe aber auch schon in anderen Branchen gehört, dass die mal 90 oder dass die auch mal 170 Euro kosten und dass es da sogar auch gewisse Mindestabnahmemengen gibt, die dann der Partnerbetrieb, also ihr dann auch in der Woche abnehmen müsst, ja, und zusätzlich kommt es dann auch noch dazu, dass ihr mit dem eigenen Firmennamen gar nicht sichtbar werdet. Ja, das heißt, die Anfragen tragen sich da ein, werden drei oder fünfmal angerufen, ja, sind in der Vergleichbarkeit, wollen sich nur ein Angebot einholen und dann habt ihr da den ewigen Zeitaufwand mit dahinter und müsst schauen, ob ihr da die Leute in einen Auftrag verwandeln könnt. Genau, das wäre wichtig, auch dabei ist, wie gesagt, auch zu bedenken, ist, dass ihr gebt da jetzt beispielsweise jetzt eure 1.000 Euro im Monat aus für die Portale und dabei wird auch eure eigene Markenbekannte auch, wie auch schon gesagt, halt gar nicht gefördert. Das heißt, es wird im Endeffekt nur der Name des Portals halt dabei sehr stark gefördert, wobei man das natürlich auch für seine eigenen Zwecke halt auch mal nutzen könnte, speziell. Genau. Aktuell ist es auch so, dass viele Portale gar nicht, auch selbst wenn die Mindestabnahmemengen haben, die können das gar nicht liefern. Also selbst wenn ihr jetzt sagt, okay, ihr wollt 20 Anfragen die Woche haben, dann können die gar keine 20 Anfragen in der Woche liefern. Warum? Aktuell, die Leute sind etwas zurückhaltender, ja, die suchen weniger auf Google, dann kommen die nicht auf diese Vergleichsportale und tragen sich da auch nicht ein. Und somit kann man da auch gar nicht so planbar, jetzt die Firma auch in vielleicht Zeiten, wo die Leute etwas zurückhaltender sind, kann man gar nicht planbar seine Firma zum Wachstum bringen, jetzt im nächsten Monat. Genau, und das ist zum Beispiel auch der Unterschied auch wiederum bei Offline-Werbung. Offline-Werbung führt zum Beispiel nochmal unter anderem dazu, dass sich natürlich auch nochmal Leute halt, also wie gesagt, euer Unternehmensname natürlich auch nochmal bekannter wird, wie gesagt, natürlich nochmal eine Markenbekanntheit schafft. Und ja, diese Person zum Beispiel jetzt sich nicht jetzt direkt anmeldet, aber vielleicht in einem halben Jahr, einem Jahr oder irgendwann später, weil sie halt, wie gesagt, schon mal zuvor eure Werbung gesehen hat. Genau. Und dann kommen wir mal zum letzten Punkt, also zum letzten Punkt, und zwar zum vierten, von dem wir hier sozusagen notiert haben, und zwar die Online-Werbung. Online-Werbung, denn damit können im Endeffekt alle Kanäle, sage ich mal, mit gemeint sein, wie zum Beispiel jetzt Meta-Werbung, Google-Werbung, LinkedIn oder was für eine Art von Werbung man natürlich auch online dann dementsprechend auch schaltet. Also darunter fassen wir einfach auch mal alle Kanäle dann zusammen. Es gibt ja super viele, es kommen ja auch immer neue mit dazu, ob das jetzt YouTube ist, TikTok oder irgendwelche anderen, die immer mit dazukommen. Man kann ja überall heutzutage Online-Werbung schalten. Ist ja eben dann auch immer die Frage, wo hält sich überhaupt die Zielgruppe auf, auf welchen Kanälen? Na klar, genau, das muss man da natürlich auch wieder auch sehr stark unterscheiden. Deswegen die jeweiligen Kategorien, die wir hier natürlich nochmal genannt haben, müsste man natürlich auch nochmal einzeln unterbrechen, weil man kann natürlich bei mehreren Portalen zum Beispiel als Kunde sein. Dann kann man natürlich noch mehrere Offline-Maßnahmen gleichzeitig treten. Also auch genauso natürlich Online-Maßnahmen. Wir haben jetzt hier, sage ich mal, so einen groberen Überblick einfach erstmal geschaffen. Genau, und bei Online-Maßnahmen ist ja natürlich so, dass man halt erstmal natürlich identifizieren muss, halt okay, wer, also wo ist im Endeffekt mein Kundenklinik hier unterwegs? Und daran muss man natürlich dann dementsprechend auch die Werbung halt schalten, damit man natürlich auch den großmöglichen Erfolg dabei auch hat. Plus, sehr wichtig ist es auch dabei, dass man dabei auch natürlich auch nochmal sehr stark sozusagen seine eigene Bekanntheit auch wieder fördern kann. Und das heißt, ihr werdet es auch mit der Zeit auch immer merken, umso länger ihr Online-Werbung auch schaltet, dann kommen natürlich auch immer mehr Kunden auch mal bei euch mal vorbei, die zum Beispiel auch schon mal aufweg eure Werbung gesehen haben, wollten sich dann zum Beispiel nicht bei euch über die Webseite eintragen, aber haben dann doch mal zum Beispiel telefonisch halt einfach mal durchgerufen. Und das ist auch natürlich wieder so ein Effekt, den wir halt damit auch sehr stark auch erzeugen wollen, einfach, wie gesagt, die Markenbekanntheit. Ganz wichtig ist auch zu unterscheiden, was meinen wir überhaupt mit Marketingbekanntheit? Marketingbekanntheit ist jetzt nicht irgendwie, dass man bei Facebook oder Instagram einfach an Follower gewinnt und man damit sagt, Mensch, man ist bekannt geworden. Also wir haben auch schon ganz häufig in den Beratungen gehört, Mensch, ich habe ja online schon mal was gemacht, ich habe aber super viel Geld verbrannt. Woher kommt das? Jemand hat gesagt, Mensch, wir sorgen euch dafür, wir sorgen dafür, dass ihr als Firma bekannter werdet. Die haben ja irgendwelche Postings gemacht auf irgendwelchen Social Media Kanälen. Man hat dafür Geld ausgegeben und am Ende des Tages hat man irgendwelche Follower aus dem Ausland gewonnen und hat aber überhaupt nichts für seine Firma an Aufträgen oder eben auch an Markenbekanntheit in der Region gewonnen. Und deswegen ist es eben auch ganz besonders wichtig, dass man online weiß, was macht man, wo schaltet man auf welchen Kanälen und kann man das überhaupt ganz genau messen? Weil nur wenn man es ganz genau messen kann und weiß, okay, wie viele Interessenten sind jetzt reingekommen, wie viele hatte ich in Beratungsgesprächen, wie viele waren qualifiziert, wie viele waren unqualifiziert. Dann kann ich auch ganz genau zuordnen, okay, was funktioniert, was funktioniert nicht und wie kann ich das im Hintergrund auch optimal verbessern und optimieren, damit ich dann noch bessere Ergebnisse erzielen kann. Genau, plus was man natürlich auch nochmal bei den Maßnahmen bedenken sollte, ist, dass natürlich den Skalierungseffekt, der ist zum Beispiel bei Empfehlungen natürlich, sag ich mal, schwer machbar, dann dementsprechend umzusetzen. Bei Offline-Werbung größtenteils auch, weil es oft nicht dazu führt, dass wenn man zum Beispiel jetzt vorher in dem Monat 1.000 Euro Werbung sozusagen für die Werbemaßnahmen ausgeben hat und man zum Beispiel darüber zwei Kunden gewonnen hat, dass wenn man im nächsten Monat dann im Endeffekt zum Beispiel 5.000 Euro ausgibt, man dann dementsprechend zehn Kunden gewinnt. Das ist halt oft natürlich dann dementsprechend nicht der Fall. Bei Portalen wiederum kann es natürlich zum Skalierungseffekt dann dementsprechend zu kommen, dass man halt einfach eine gewisse Abschlussquote zum Beispiel über die Anfragen dann gemessen hat und das dann immer Schritt für Schritt dann dementsprechend dann auch hoch skaliert. Bei Online-Maßnahmen ist natürlich dann dementsprechend auch natürlich möglich, dann dementsprechend, wie gesagt, dass man halt merkt, okay, pass auf, ich gebe x Euro aus, dafür mache ich x Umsatz und dann schraubt man Schritt für Schritt natürlich auch immer weiter dann dementsprechend auch hoch. Genau. Was wir dir jetzt einfach mit auf den Weg geben wollen, mach dir einfach eine ganz klassische Excel-Tabelle oder schreibst du ja auch einfach auf ein Blatt Papier mal auf, okay, was habe ich jetzt alles für Maßnahmen, Empfehlungen, ja klar, die kommen sowieso rein, aber dass man die einfach mal misst und schaut, okay, wenn jetzt ein Interessent zu mir kommt in die Ausstellung, ruft übers Telefon an, Mensch, Herr Müller, wie sind Sie denn auf uns aufmerksam geworden? Dann kann man sich das eben mal notieren, kann dann auch gucken, wie viele Kunden ich gewonnen habe und hier schauen, wir nehmen jetzt einfach nur mal an, wir geben für jeden Bereich jetzt einfach monatlich 1000 Euro aus. Ja, wir vergleichen das jetzt einfach mal, okay, gut, wir haben für jede Maßnahme, haben wir eben schlussendlich 1000 Euro ausgegeben, ja, wie viele Kunden sind denn jetzt schlussendlich reingekommen? Ganz klassisch, ich weiß nicht, Elia, du hörst das auch immer in den Beratungsgesprächen, wenn man fragt, Mensch, von den 10 Kunden, die du jetzt im letzten Monat gewonnen hast, wie viele kamen denn da über Empfehlungen? Meistens ist es immer eigentlich der Kanal, wo man sagt, Mensch, ja, also es ist eigentlich schon eher die Hälfte, oder ich weiß nicht, wenn wir das mal aufteilen, vielleicht, weiß nicht, 50, 60 Prozent Empfehlungen kommt eigentlich schon hin. Klar, natürlich vom Betrieb auch unterschiedlich, auch in welcher Branche man natürlich auch tätig ist, aber es kann halt teilweise von bis zu 90 Prozent halt wirklich halt teilweise hochgehen, aber normal würde ich halt schon sagen, 50, 60 Prozent, das kommt eigentlich schon sehr gut hin. Okay, wir ziehen jetzt einfach mal zum Beispiel, wir ziehen da nochmal ein, zwei ab, ja, wir sagen jetzt einfach mal, vielleicht haben die ja auch vorher irgendwie mal eine Offline-Werbung oder eine Online-Werbung gesehen gehabt, ja, wir sagen jetzt einfach mal, drei Kunden haben wir da gewonnen, ja, ganz klar, wir haben 0 Euro dafür ausgegeben, dann haben wir die drei Kunden natürlich auch kostenfrei gewonnen, also Kosten pro Kunde waren dementsprechend dann auch 0 Euro, ist ja ganz klar. Danke. Genau, dann kommen wir mal vielleicht zur Offline-Maßnahme, da hat man jetzt beispielsweise jetzt die 1.000 Euro ausgeben für die Zeitungsanzeigen, da haben sich jetzt zwei Kunden gemeldet und man hat dann damit natürlich 500 Euro quasi für einen Kunden dann dementsprechend ausgegeben. Jetzt muss man sich natürlich anschauen, okay, rechnet es sich für mich, dass ich 500 Euro pro Kunde halt ausgebe oder halt auch nicht? Das muss man natürlich, wie gesagt, für sein jeweiliges Produkt natürlich sich nochmal genauer anschauen. Ist jetzt hier ganz klar, das ist nur so eine Milchmädchenrechnung, ja, wir schreiben das jetzt einfach so mal auf, einfach nur beispielhaft. Nur wenn man jetzt genau weiß, okay, ich gebe ja sowieso jeden Monat 1.000, 2.000 Euro für Zeitungen aus, ich habe jetzt nochmal diese Aktion mit Flyern, ich habe das gemacht, dann wird es eben umso komplexer und umso wichtiger ist es dann nochmal genau zu messen, okay, wenn ich jetzt aber 5, 6, 10.000 Euro, 20.000 Euro im Monat ausgebe, wo fließt mein Geld hin und wie viel Return on Investment habe ich dann eigentlich? Wie viele Kunden gewinne ich damit? Bei den Portalen können wir einfach aus Erfahrung sagen, was wir zum Beispiel sehr oft zu unserem Beratungsgespräch mitbekommen, dass es so quasi 0 bis 2 eigentlich sind sozusagen von Kunden. Deswegen würde ich einfach hier mal direkt mal mit der Mitte gehen und zwar einen Kunden, den man sozusagen darüber für 1.000 Euro im Schritt sozusagen gewinnt. Genau, dann ist das natürlich auch recht selbsterklärend. Da muss man sich natürlich auch wieder doch anschauen, okay, möchte man das so in der Form zum Beispiel dann halt auch skalieren oder halt auch natürlich wieder nicht. Wie gesagt, muss man sich natürlich immer einzeln selbst durchrechnen und bei Online-Maßnahmen, da kann man zum Beispiel feststellen, dass es dann dementsprechend dann auch nochmal drei Kunden dann sind. Und man dann festgestellt, okay, dann haben wir 333 Euro pro Kunde dementsprechend ausgegeben und dann schauen, okay, möchte ich da jetzt natürlich weiter skalieren oder auch nicht. Ganz wichtig, was ich euch hier aber auch nochmal empfehlen würde, ist einfach, wie gesagt, das ist hier eine starke Milchendrechnung, die wir euch hier aufgestellt haben. Hier vielleicht nochmal sozusagen einfach nochmal dazu zu addieren, okay, wie viel Umsatz hat denn zum Beispiel der jeweilige Kunde auch gebracht, damit man das natürlich auch nochmal besser in Relation dann auch nochmal setzen kann. Genau, wenn man jetzt sieht, okay, für 500 Euro gewinnen wir aber einen super hochwertigen Kunden, der den doppelten Auftragswert hat, dann macht es natürlich auch Sinn zu sagen, gut, okay, diesen Kanal, den behalte ich entweder so bei oder werde den ein bisschen hochschrauben, weil die Kunden super hochwertig sind. Ja, das soll jetzt hier auch nicht dargestellt sein, um zu sagen, Mensch, okay, das ist jetzt hier super schlecht, weil hier haben wir den höchsten Wert. Ja, vor ein, zwei Jahren, wenn wir da mit den Interessenten gesprochen haben, ihr kennt das selbst, wenn ihr Portale ausprobiert habt, da waren die Quoten, waren ja da auch noch besser. Ja, dass man da vielleicht auch mal von Leads, die man bekommen hat, von zehn Stück, dass die guten Vertriebler da auch mal drei oder vier Stück gemacht haben. Ja, dann ist ganz klar, mache ich jetzt aus 1000 Euro vier Kunden und ich zahle 250 Euro pro Kunde. Das ist eine super Sache. nur aktuell hören wir es immer mehr, dadurch, dass eben in den Zeiten weniger Menschen aktiv jetzt nach den Produkten suchen oder auch Produkte, die niemand da draußen kennt, sucht auch keiner nach, die kommen gar nicht auf die Vergleichsportale. Wenn da jetzt weniger Nachfrage da ist, was machen die Portale? Ja, die haben ja ein ganz anderes Geschäftsmodell. Ja, die müssen schauen, umso häufiger die die Anfragen, die jetzt noch da sind, weiterverkaufen, umso mehr Geld verdienen die. Ich hatte es heute erst wieder in einem Beratungsgespräch, dass gesagt wurde, Mensch, okay, ich habe mich da selbst mal eingetragen. Ja, und was passiert? Ich habe mich für eine Küche eingetragen und werde dann später nochmal angerufen und es wird gefragt, Mensch, sind denn eigentlich auch Photovoltaikanlagen auch interessant? Ja, und dann werden diese Anfragen nochmal im anderen Bereich auch nochmal drei oder fünfmal weiterverkauft, weil die dann damit wieder Geld verdienen. Und somit kommt es dazu, dass Quoten derzeit vielleicht bei 1 zu 10 oder sogar noch schlechter sind. Ich habe auch schon gehört, 1 zu 20. Und wenn dann so eine Anfrage selbst auch nochmal 60 Euro kostet, ja, und ich brauche 20 Anfragen, bin ich 1200 Euro pro Kunde los. Und dann macht es natürlich viel mehr Sinn, sich umzuschauen, zu gucken, okay, wie kann ich denn vielleicht Kunden gewinnen, wo ich pro Kunde nur eben dann 333 Euro bezahle, jetzt nur beispielsweise 300 Euro, 400 Euro, wie auch immer und habe zusätzlich aber noch eine mega Sichtbarkeits- und Branding-Effekt dabei, dass ich für diese 350 Euro vielleicht auch nochmal 20 oder 30.000 Mal mit meinem Firmennamen, mit meinen Alleinstellungsmerkmalen, was mich als Firma mit meiner Mission, mit meinen Werten ausmacht, dass ich bei den richtigen Leuten in der richtigen Altersgruppe auch mehrfach eingeblendet werde und dafür sorge, dass die Leute über die Website, über die Ausstellung oder über andere Wege zusätzlich noch zu mir kommen, damit ich weitere Aufträge schreiben kann. Und wie gesagt, damit wollen wir euch einfach nochmal einen groben Überblick einfach mal verschaffen. Uns geht es vielmehr, sage ich mal, darum, dass ihr einfach ja regelmäßig einfach in eure Zahlen reinschaut, damit ihr auch mal sehen könnt, okay, welche Maßnahmen bringt mir denn aktuell sozusagen den größten Erfolg, damit ihr natürlich sozusagen auch am besten immer natürlich für die Zukunft planen könnt. Wie gesagt, diese Zahlen sind einfach nur ein Beispiel dafür da und die können natürlich auch jederzeit auch wieder wechseln. Deswegen einfach, wie gesagt, immer natürlich up to date halten, am besten einmal im Monat einfach mal einen Überblick schaffen oder quartalsweise natürlich, sage ich mal, unterschiedlich von Betrieb zu Betrieb, wie ihr es halt machen möchtet, aber damit ihr immer sozusagen einen guten Überblick auch einfach habt, okay, was gibt dir an Maßnahmen, also was für, welche Maßnahmen investiert ihr, wie viel Budget ist es und was habe ich für einen Erfolg dann dementsprechend auch damit. Und was habe ich auch natürlich auch als Ziel, was möchte ich auch dann dementsprechend auch mit der jeweiligen Maßnahmen auch vielleicht auch erreichen. Nimm es einfach mal mit, schaust dir bei dir an mit deinen Zahlen und wenn du eben noch Unterstützung brauchst, dass du das Ganze eben noch weiter ausbauen möchtest, gerade auch im Online-Bereich noch weitere Kanäle suchst, wie du dir eben deine Zielgruppe oder eben auch neue Leute erreichen kannst, die dich noch nicht kennen, dann kannst du dich gerne bei uns melden und dann können wir schauen, ob wir dir da weiterhelfen können. Genau, wir freuen uns auf dich und dann bis dahin erstmal. Ciao. Ciao. Ciao.